Mann! Jetzt hat man keine Sekunde Ruhe. Nie eine Sekunde! Mann! Hau ab! Lass mich in Ruhe. Geh kaputt. Alter! Och, kann das Horn mal aufhören, bitte? So. Alter! Alter! Meine Fresse. Müssen wir leider liegen lassen. Habe ich jetzt mal Ruhe? Scheiß Kiste dazu holen. Meine Fresse. Da ist schon wieder so ein Stein. Unglaublich, wo die überall hängen. Aber so kriege ich die auch nicht. Da brauche ich die Quest halt, wie gesagt, für. Warum auch immer. Ob man die Erlaubnis da braucht, diese Steine abzubauen. Naja. So. Weiter geht's. Da kann ich hoch. Und da liegt wieder eine Waffe. Ach man, ich dachte, ich komme hier nicht hoch. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. So. So. Ach komm. Ist das jetzt gut? Ja. Ihr seid ganz schön nervig auf Dauer. Oh, ich bin hier. Nix drin. Ich könnte kotzen. Ärgerlich. Och ey. Das nervt echt ein bisschen. Es ist ja kein Problem. Man kommt ab und zu mal ein bisschen Bedrängnis, aber. Und bekommt zwischendurch so einen kleinen Heiltrang. Aber das ist echt. Alter, wo kommst du denn schon wieder her? Meine Fresse ey. Du bist jetzt gut? Dieses Horn. Das bläst zu lange. Wenn ich den Typen finde, der dieses Horn bläst. Dann. Rappelt es aber im Karton. So. Du auch. Du auch. So. Und wieder einen Zorntrank. Gib doch mal Heiltränke. Ich brauche Heiltränke, Jungs. Zorntränke kriege ich immer. Tü-tü. Ich möchte in die Kiste rein. Ich vermute, dieses Schockgeräusch ist irgendwie doch schon ein Engel, oder? Dann habe ich das schon ein paar Mal gehört und ich habe ihn nicht gesehen. Ärgerlich. Oder irre ich mich da? Aber dann müssen die ja scheißen gut versteckt sein. Huh. Warte, haben die da gerade zwei Heiltränke verloren? Hab ich das richtig gesehen? Oder was? Nee, einen nur. Egal. Heiltrank. Sind das nur Stromleitungen? Ich glaube, das sind nur die Stromleitungen. So. Ganz viele Autos. Das wäre mir nicht gefallen. Komm, blast ein Horn. Oh, ein paar Autos kaputt hier. Oh nein, nicht du. Nicht du. Nicht auf die Entfernung. Und nicht du auf die Entfernung. Alter. Alter. Nehme Haltränk, nehme Haltränk. Oh Gott. Kann nicht ausweichen mit der Knarre. Verdammte Scheiße. Bist du tot? Ja. Boah. Alter, diese Mistvieh. Kommst du mal her, du? Dankeschön. Kann man mal hinschießen. Ich treffe eh nicht. Aber da gibt's Geld. Geld. So. Mehr liegt hier nicht, ne? Geld liegt hier noch. So. Jetzt lass das Horn aus. Nee, du machst das wieder an. Will hier nur mal reingucken. Bisschen Relikt gibt oder so. Okay. Was ist das Horn aus? Okay, man hört die nicht. Jetzt hab ich mal geschaut, ob man die hören kann. Also, geschaut, gehört. Die sind einfach irgendwo versteckt. Okay. Boom. Hell yeah. So. Hallo, du dicker Untoter da hinten. Der nicht am liebsten zu... Oh, ein Haltrang. Hallo, Dankeschön. Ist der Dicke jetzt weg? Ach nee, da läuft er. So. Kommt da wieder so ein Großteil mit dazu? Fände ich nicht so toll. Zum Glück hab ich unendlich Munition mit dem Ding. Stellt euch vor, ich müsste da noch nachladen. Hallo, Zaun-Trunk. Den brauche ich aber nicht. Zaun-Trunk, ne? Ja. Hab ich den Haltrang schon gesammelt? Da lag noch ein Haltrang. Ach, da liegt er. Okay. So. Hi ihr. Oh, wieso? Weißt du? Oh. So. Wenn man hier noch ohne Ende Erfahrung kriegen würde, wäre mir das so egal. Aber die Großen geben ja nur was. Dann kriegt er nur von den Großen ordentlich Erfahrung. Liegt da hinten? Dahinter liegt was. Ah. Wo ist das? Ach ja. Noch mehr. Wie viele seid ihr denn? Wie viele habe ich schon von euch getötet? Come on. Hä? Irgendwann wird es lächerlich. Irgendwann finden wir schon daraus, dass ihr eine Klo-Maschine habt. Aber dann... Nein. So. Hat er geklont hier. Was war das denn? Warum explodiert der Große sofort? Scheiße, da hat er mir keine Erfahrungspunkte gegeben. Ja. Der Große hat mich sofort zu explodieren. Oder war das was anderes? So. Immer noch in den Tunneln. Ah, hi. Was geht? Ah, was geht? So. Jetzt haben wir den hoffentlich die Explosion vom Auto nochmal unterm Arsch gezogen. Oh, hi. Warte mal. Krankenwagen. Kacke, ich wollte den Krankenwagen... Oh, ich kann doch ausweichen. Hüpf, hüpf. Bäm. Bäm. Bäm, Auto, komm, du auch noch. Bäm. So. So muss das. Da gibt es noch einen Engel anscheinend. Oder ich muss da sowieso lang. Das kann natürlich auch sein. Bäm. Da kann ich rein. Was gibt es hier? Wieso sind hier immer so Räume, die null Sinn haben? So. Geht kaputt. Dankeschön. Und da ist das nächste Teil vom Stab. Stab von Arafil. Finde das zweite Stück. Das Auge von Arafil. Dankeschön. Mal gucken, wo wir jetzt hin kommen. Und es hat immer noch kein Ende. Es liegt immer noch eine Waffe hier rum. Es ist zum Kotzen. Ich möchte doch nur hier raus. Komm, tööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Engel. Engel sind gut. Solange es die guten Engel sind. Die uns nicht wehtun. Es scheint Uriel zu sein. Ich möchte aber erstmal hier oben schauen. Es regnet. Ich habe keinen Regen. Ach, jetzt sind wir hier. Achso, okay. Oh. Interessant. Dann gehen wir jetzt mal zu den Engel. Und machen noch Autos kaputt. Versperren eh nur den Weg. Ne? Oh mein Gott, es gibt Geld. So. Gut, dass das im echten Leben nicht so ist. Stell dir vor, die Autos zerstören, gebe Geld. Also, och, hallo. Hat es sich sogar gelohnt, ein Auto zu zerstören, weil da war eine Seite des Buchs der Toten. Stell dir vor, die Leute laufen dann rum und zerstören einfach zufällig irgendwelche Autos. Du hast das zweite Teil gefunden. Ich kann seine Macht in dir spüren. Der Stab will wieder eins werden. Du magst seine Rufe nicht hören, ich aber schon. Das letzte Stück liegt hinter dieser Barriere, in einem schwer befestigten Bereich beim Schatten. Der Zerstörer wird nicht erfreut sein, wenn ich den Stab von Arafel wiederherstelle. Deine Krieger könnten den Preis dafür bezahlen. Die Weiße Stadt ist für uns verloren. Diese Welt wird schon bald unser Grab sein. Und doch müssen wir gegen die Finsternis ankämpfen, um das Licht zu bewahren. Wenn deine Taten unser Ende beschleunigen, dann soll es so sein. Mögest du leben, um zu sehen, wie der Zerstörer seinen letzten Atemzug tut, Uriel von der Höllenwache. Viel Glück, Reiter. Das letzte Teil ist in deiner Reifgabe. Noch mal sowas. Ich drehe durch. Ich drehe echt durch. Wie lange denn noch denn Mist? Ich mag das nicht mehr. Der Bereich ist echt nervig, dieser Abschnitt, diese Festung. Whatever, wie man es auch nennen will. Ja, komm noch schneller um die Ecke, Freund. Meine Fresse. Oh Gott. Och, jetzt kommt um jede Ecke so ein scheiß Ding, oder was? So. Och, hör doch aus, mit. Na, ist gut jetzt. Was gibt's hier? Oh, ja, ein dicker. So. Fleischfeuer, oder wie heißen die? Der Schwarm? Was hab ich denn da gerade getötet? Da heißen die so. Sind das nicht die Leidenden? Sind doch die Leidenden, oder? Ist das nicht der Schwarm? Ist das nicht die einen mit dasselbe? Scheiß! Oder sind die Leidenden, die mit den Waffen hinten auf dem Rücken? Hier gibt's nämlich zwei verschiedene. Kann auch sein. Und ich hab keine Zeit, mir die Namen anzugucken von den Dingern. Die wollen mich hier leider auch angreifen. Von daher hab ich da jetzt keine Zeit für. Hier muss es doch irgendwo was geben. Ah, hier bleibt du mal da hinten. Ich will mich einmal umschauen. Aber hier gibt's nichts. Komischer Bereich, wo es nichts gibt. Nein! Oh Gott, hat sogar das Spiel kurz geleckt. Ai, ai, ai. Uh. Das war sogar im Spiel zu viel. Nein. Mein Gott. Ja, Rambo. Terminator. Ah, ist gut jetzt. Ah. Ich glaub, wenn man hier mit Waffen durchgeht, ist man echt gestraft fürs Leben. So, einer schon wieder. Nicht nett. Nein. Aua. Was greift mich das so? Ja, die Viecher greifen natürlich auch an. Das hätte ich fast vergessen. Ja, ist gut, ist gut. Ich hab nur keine Zeit, euch alle zu ab... Könnt ihr mal alle... Alter. Ich hab nur keine Zeit, deine Flugmonster zu besiegen. Weißt du das? Und kein Nerv vor allem. Alter. Einfach Feuer drauf. Wird die Viecher abknallen. Kreiselschuss. So. Achso, den hätten wir auch gehabt. Ja gut. Egal. Oh, das waren zwei Autos. aber wir haben es waren haben wir noch energie ja gut hätte ich jetzt sparen können scheiße das geld so was haben wir denn da und zwar und das haben wir da stieg an die schulterstück das sind die schuhe die wollen wir aber auch nur so mitnehmen so da ist noch ein untot mit dem auto platz hat es geklappt anscheinend einmal schauen was unter den autos geld und was liegt hier hinten den hätte man fast nicht gesehen respekt so ich habe bestimmt schon einen verpasst fall und was kommt hier tut so hier tut es doch gleich wieder gewohren im shotgun schuss gehen die autos echt schon da kaputt das ist ein unglaublich nein und da kommt ein großer das ist nicht so geil nein 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 ganz ruhig sterben mein freund so dankeschön so heiltränke darfst du trotzdem liegen lassen so explodieren die manchmal da ist doch gerade eindeutig explodiert oder ohne scheiß wenn das ein monster ist was hier ständig ins rohr bläst dann reiße ich den dann schiebe ich den droher quer in den arsch aber quer so was von quer ja 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 Vielen Dank.